Herzlich Willkommen zu Wir Bauen Mein Studio Teil 3 Und wenn wir dieses Licht hier drauf bauen, dann haben wir jetzt ein mega nices rollbares Licht, was sich ganz frei im Raum bewegen kann. Ich bin mega happy, weil ich glaube es ist ein mega upgrade, aber schreibt jetzt in die Kommentare, was wir noch brauchen und dann sehen wir uns, wenn es wieder heißt